hallo und willkommen zurück zu einer noch mal schnellen kleinen info video was jetzt komplett artikalisch falsch war egal ja wir haben noch mal ein paar erneuerungen die brücke habt er jetzt schon gesehen und den neuen fahrstuhl auch jedoch gibt es jetzt wenn ich mal ganz kurz tag machen haben wir jetzt nämlich im stream einen geheimen fahrstuhl gebaut und zwar in das labor hinein drückt welche um jetzt aber zu kommen und drückt passiert nichts sieht hier eine plattform und das ist der fahrstuhl und der fährt erst los also noch mal der fährt erst los sobald man sich hier drauf stellt sprich man muss erst stehen und dann geht es ab nach unten genau und das geht über hinzu und dann kommt man hier unten im labor an runterlaufen fertig ist das ding dann gibt es natürlich noch die besonderheit hier im fahrstuhl kennt man ja wir haben jetzt hier so noten und wer vielleicht im hintergrund hört heute diese biegen geräusche das ist halt fürs fahren genau und ich erspare ich mal ganz kurz hier genau zack musik ist zu ende und man ist hier oben und damit herausgeleportiert zack die tür geht zu und man kann auch nicht rein weil hier bei wer sind kann also nicht rein fallen genau das ist die erste neuerung mit zwei neuerungen so gesehen und dann haben wir natürlich jetzt hier bei sieben ziemlich der hat sich noch eine kirche gebaut dahin die komplett unnötig ist und damit schicke sounds eingefügt okay was auch immer der da macht ja wenn man in die kirche reingeht haben wir vorne erstmal schild mit du kommst nicht rein dein score wie seit kirche 2 denn o heiliger geist des redstone wir haben uns hier versammelt um mit dir zu sprechen moment eine neue person willkommen in der bergkirche möchtest du an unserem ritual teilhaben genau da werdet ihr hier gefragt und wenn ihr auf ja drückt dann ja okay dann den platz und wir fangen noch mal von vorne an okay das mache ich es gibt natürlich aber auch die funktion dass man nein sagt was wie du möchtest nicht gut habe ich keine andere wahl dann verbanne ich dich hier wird für immer aus dieser kirche hinfort so ich wollte jetzt für immer aus der kirche verband und für immer meint er auch wirklich voll für immer sprich wenn ich jetzt versuche reinzulaufen genau genau oder wenn man auch versucht jetzt rein zu fliegen geht auch nicht zack genau also mit dem sound muss ich noch mal testen dass der hier nicht dauerhaft spielt aber ja genau das sind dann erstmal alle neuerungen für diese folge und ja genau dann würde ich sagen für den abschluss seht ihr hier noch mal wunderschön wunderschöne animation also wenn ihr das eingeschaltet habt macht's gut und tschau euer wettgamer und ich das ist ich ich Bis zum nächsten Mal.